Kein damage, okay. Gemälde? Oh fuck. Ich hab's, alles gut. Wie heißt das Ding? Ich versteck's jetzt doch erstmal hier. Jetzt hole ich das Auto. Das finde ich echt frech, dass hier auch überhaupt kein Vertrauen geschenkt wird gegenseitig. Ich denke jetzt auch nicht, guck mal was macht die hier, glaub ich schildert oder was, ne. Die ist einfach nur brutal hässlich, aber sonst? Und bei mir denken sie direkt, oh der große Mann, schwarz angezogen, das muss jemand sein, ne, Zorge Jehova oder Einbrecher. Nicht vorschnell urteilen, Leute. Ihr müsst den Leuten ne Chance geben. Mal ein bisschen beschnuppern. Also jetzt nicht echt. Sonst wird's schwierig. Dann kommt die Polizei wahrscheinlich auch. Und wenn mal jemand einfach durchs grüne Pferd, ja, dann nicht direkt aufregen. Mal gucken, frag, ob man helfen kann vielleicht. So, rein damit, so. Und ab dafür. Und jetzt will ich immer den Rang S sehen, ja. Gib mir. B. Na ja, B wie Boi. Vergiss nicht die unvergebenen. Okay, ja, ja, mach ich. Mach ich. Also, vergesse ich nicht. Levelaufstieg, sehr schön. So, 400. It's pretty decent. Und jetzt holen wir sowas von hardcoren. Alter, alter, alter. Okay, beruhig dich erstmal. Erstmal runterkommen, okay. Automatischer Dietrich. Kave. Safeknackerwerkzeug. Kave. Glasschneider. Kein Geld. Okay. Äh, gut. Wir müssen einbrechen. Ganz schnell. Oh Gott, das war's. Haben wir noch Aufträge? Ja, ne? Ah ja, wir haben bei denen immer noch Aufträge. Und zwar diesen großen Fernseher, der steht oder zerstört. Und das ist die Story. Auf, auf zu 108. Halt! Äh, wie sind die noch mal da? Die sind da um, äh, hä? 108? So, ab 12 sind die nicht zu Hause. Okay. Achtung, pass auf. Uh, das ist doch knapp mit dem Schild. Aber perfekt reingeparkt. So, alle raus jetzt. Ich muss hier parken. Äh, Clown. Wer ist noch jemand da? Breche ich echt am Rat. Einen großen Fernseher, verkaufe. Kein Problem. Zack. Gott, was ist das? Äh, 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 wie, 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 wie? Hab ich da jetzt noch weh? Ich mein, hab ich den jetzt für immer? Das ist ja ein geiles Ding. Das ist ja richtig, richtig, richtig pornös. Ah, Soundsystem. Ah, halt, aber die sind so fett, ne? Boah. Boah, Geld, 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 Geld. Warte, 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 warte. Boah, ha, ha, ha. Also, den brauch ich auch. Zack. Kann man da auch noch sowas hier. Ja, kann man hier auch noch mitnehmen. Ah, ha, ha, ha. Ich bin zwar jetzt langsam, aber dafür halt auch sehr erfolgreich, ne? Das musst du auch sein als Dieb, weil sonst kriegst du keine Aufträge in dem, äh, Biss, ne? Ihr wisst ja, wie der Hase läuft, ne? Die guten Fernseher kommen aus dem hohen Fenster. Die schlechten nimmt man gar nicht erst mit. Leute, was passiert hier gerade? Haben wir, machen wir gerade den, den Kuh des Herzens? Äh, ich muss auf die 85 erstmal. Warte mal. Zack. Und, äh, jetzt? Ein Barusenspädel. Oh, a camera-aleggy. Und was ist das? Keine Ahnung was. USB-Stick. Ein sehr wertvoller USB-Stick. War echt von der Phrase vergoldet mit Strasssteinchen. Na klar. So. Sanft. Schmeißen sanft, bitte. Der passt irgendwie nicht durch. Ah, ja. 911, what your emergency? Leckt mich, Herr Brot. Ähm, ist jetzt schlecht? Fernseher lassen wir erstmal liegen, na? Gibt natürlich ein paar Abzüge in der Note, aber alles in allem möchte ich schon reich sein. Das ist klar. Oh Gott, der kommt direkt hier hochgerannt, der Polizist. Fack, 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 fack. Ich renne einfach raus. Ich renne jetzt einfach nach Hause. Ha, 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 ha. Mach ich. Ey, vielleicht habe ich nichts gemacht. Ich hätte ihn einfach kaputt schlagen sollen, den blöden Fernseher, anstatt ihn zu klauen. Warum bin ich so ambitioniert? Liegt der Fernseher jetzt einfach noch da rum, oder wie, äh, ist das? Oh, nee. Der Fernseher ist wieder reingeräumt. Oh, shit, die Alt kommt nach Hause. Schlepp, 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 schlepp. Hallo, Frau. Der Mann kommt tot, schaut nach seinem Fernseher, um Gottes Willen. Okay, jetzt, äh, jetzt muss der Profi durchkommen. Alter, bin ich gut. So, fetter Fernseher rein. Batsch. Ha, 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 ha. Rang Hardcore ist, oder? Hardcore. D. Oh, oh, Winnie ruft an. Hallöchen. You don't want someone to see their own necklace at the pawn shop. You gotta break it down first. Winnie. Okay. Welcome back. Ja, bla bla bla, halt, stopp. Ich muss den Fernseh... 700 für den Fernseher. Not bad, not bad. Lerne begutachten Stufe 2. Kann ich mal versuchen... Ich hab Stufe 1 noch nicht mehr gelernt, wie schlicht denn dir das vor? Äh, Glasschneider können wir uns jetzt auch holen. So. Eine letzte Mission vor Level 2. Easy. Ich fahre jetzt zur 101. Ich glaub, die sind ultrareich. Guck mal da vorne. Guck dir die mal an. Die snacken wir jetzt aus hier, die Säcke. Die sollen mal richtig schön bluten. Also, jetzt vom Geld her gesehen. Ich bin einfach eine richtig saukoole Socke und stelle mich hier so rein. Also so, davor, dass sie auch nicht weg können, ne? Könnt ihr mal aufmachen? Ich würde gerne einbrechen. Ich werde die Schwachstelle finden an eurem Kackhaus. Erstmal mach ich den Strom aus. What the fuck? Kann ich echt den Strom ausmachen? Ha! Cool. Das ist ja ultra frech. Im Moment ist alles noch im Lot, ne? Würde ich mal so behaupten. Okay, Tür ist offen. Ich bin drin. So weit, äh, so gut. Ich denke, ich werde direkt oben ansetzen. Das ist ja auch nachts, ne? Die werden alle pennen. Okay, es ist keiner im Schlafzimmer. Ist offen. Wow! So muss ich halt nur ultra, ultra, ultra aufpassen, dass mich keiner erwischt. Weil ich halt die Erfahrung brauche ich. Ist keiner zu Hause? Okay, ich hab ein bisschen Schiss, weil hier überhaupt keiner ist. Äh, vielleicht ist hier jemand... Oh, jetzt rappelt's aber, Leute. Jetzt rappelt's aber. Ich geh, ich geh. Das reicht. Ich bin eh voll. Es gibt einen ziemlich dicken... Oh, das hab ich gar nicht gesehen. Mach ich dir easy, Mann. Mist, aber gleich geht der Strom wieder an. Ich glaub, ich schaff das nicht bis dahin. Also 78. Komm. 78, 73. Scheiße, Metall ist voll. Komm, ich nenne den Globus weg. Preis, 3 Dollar. What the fuck? So, jetzt geh ich, jetzt geh ich. Alter, wie krass bin ich denn bitte? Ich hab's geschafft? Ah, jetzt bin ich der Frau wieder zu laut, oder was? Ey, der perfekte Raub. Achtung, Achtung. Es, es. Gah. Gah. Achtung, 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 Achtung. Barsung, Achtung, 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 Achtung. ARD Text im Auftrag von Funk